Hallo, mein Name ist Leander Govinder-Greitemann. Ich bin Speaker und Autor und freue mich mega, bei der Digital Pioneers Konferenz sprechen zu dürfen. Warum ich mich jetzt gerade im Kreis drehe? Ich weiß es selber nicht so genau. Aus der Freude am Experimentieren heraus, weil ich das noch nie gemacht habe. Und genau für diese Haltung, für diesen Pioniergeist, auch wenn ich hier vielleicht gerade nicht das Rad neu erfinde, möchte ich werben. Und ich verspreche, bei meinem Vortrag drehen wir uns nicht im Kreis. Also meldet euch jetzt an, es ist kostenlos und ihr könnt noch fünf Bücher gewinnen von mir, handsigniert, mein Buch an Fock Your Mind. Ich freue mich auf euch und dann kann ich jetzt auch aufhören, mich zu drehen, weil ich weiß gar nicht, wie gut die Idee eigentlich war.